In diesem Video zeigen wir, wie Sie Ihre LED-Beleuchtung über Amazon Alexa per Sprache steuern können. Nutzen Sie ein Amazon Echo mit integriertem Zigbee-Modul, zum Beispiel ein Echo Plus, können Sie damit direkt Zigbee-Leuchten steuern. Zu diesem Aufbau gibt es ein separates Video. Sie können aber generell mit allen Alexa-Geräten Ihr Licht steuern. Wie dies auch bei Modellen ohne eigenem Zigbee-Modul funktioniert, zeigen wir hier. Wir nutzen dafür einen kleinen Amazon Echo Dot der vierten Generation. Die Echo Dot haben typischerweise kein Zigbee verbaut. Wir benötigen also ein Gerät, das von Alexa auf Zigbee übersetzt. Diese Aufgabe kann eine Bridge übernehmen. Die meisten unserer Kunden nutzen die U-Bridge von Philips. Anhand dieser zeigen wir den Aufbau. Für die Steuerung der LEDs benötigen wir einen Zigbee-LED-Controller wie unseren LK-115U. Als Leuchtmittel nutzen wir ein RGBW-LED-Band mit 24 Volt. Wir haben hier bereits das 24 Volt-Netzteil mit dem Controller verbunden und an dessen Ausgang des RGBW-LED-Band angeschlossen. Nun lernen wir den Controller an die U-Bridge an. Diese ist mit unserem Internet-Router verbunden. Genaueres können Sie der Anleitung der Bridge entnehmen. Über die Philips-U-App können wir nun den Controller unter Einstellungen, Lampen, Suchen. Drücken Sie fünfmal die kleine schwarze Proc-Taste am Controller. Der Controller geht in den Pairing-Modus und wird von der U-App gefunden. Ab und an benötigt es hier mehr als einen Versuch. Ist der Controller angelernt, können Sie die neue Lichtquelle benennen und sofort in U testen. Weisen Sie die Lichtquelle anschließend einem Raum zu. Unser letzter Schritt ist nun das Verbinden von Alexa mit der U-Bridge. Öffnen Sie die Alexa-App und suchen Sie den U-Skill. Aktivieren Sie den U-Skill und wählen die U-Bridge aus. Gegebenenfalls müssen Sie sich noch bei Philips-U anmelden. Sollte es Probleme mit der Verbindung geben, müssen Sie im Philips-U-Login gegebenenfalls noch die Bridge einem Raum zuordnen. Alexa sucht nun nach verbundenen Geräten. Weisen Sie auch hier die Lichtquelle einem Raum zu. Anschließend können wir den LED-Streifen mit den Alexa-Befehlen steuern. Probieren Sie. Alexa, Deckenlicht auf Rot. Okay. Alexa, Deckenlicht auf Warm-Weiß. Alexa, Deckenlicht auf Minimale-Helligkeit. Alexa, Deckenlicht aus. Alexa, Deckenlicht ein. Alexa, Deckenlicht auf Blau. Okay. Natürlich können auch neue Lichtszenen erstellt und per Sprachbefehl aufgerufen werden. Beim Aus- und Einschalten merken sich die Controller die jeweils letzte Einstellung. So können Sie auch weiterhin normale Lichtschalter einsetzen. Grundgesprach, Deckenlicht auf der Abenteuermeldung. 시prach